Ja, moin! In dem folgenden Video beschäftige ich mich diesmal mit der Scheitelpunktform. Also nicht nur ich, sondern natürlich auch Finn. Wir formen eine allgemeine quadratische Gleichung in eine Scheitelpunktform um und gucken uns mal an, wie man das macht, wo da Besonderheiten sind, wo Schwierigkeiten liegen und was das Ganze eigentlich soll. Und dann schauen wir uns nochmal eine Übersicht an. Wir haben eine Scheitelpunktform und wir gucken uns anhand dieser allgemeinen Scheitelpunktform an, woran man erkennen kann, ob die Parabel jetzt zum Beispiel nach links verschoben ist, nach rechts verschoben ist, nach oben oder nach unten gestaucht oder gestreckt, nach unten geöffnet oder nach oben geöffnet. Das gucken wir uns in einer kleinen Übersicht an. Ja, und das war es praktisch schon für diese Woche. Also dann viel Spaß bei dem Video und bis dann! So, moin! Ich bin Andreas. Und zu meiner rechten sitzt wie jede Woche der... Finn. Ja! Und die Schule hat wieder angefangen. Das ist gut. Oder auch nicht. Also du siehst jetzt nicht so begeistert aus, dass die Schule wieder angefangen hat. Aber ich würde sagen, je schneller die Schule wieder anfängt, desto schneller sind auch wieder Ferien. Ja. Oder? Das ist doch die richtige Einstellung. Das ist nicht schlecht. Ne? Dauert ja auch nicht mehr so lange. Aber bis dahin wollen wir noch ein, zwei Sachen machen. Dann, unter anderem, diese Woche habe ich gehört, ging es um die Scheitelpunktform, die ihr aus einer quadratischen Gleichung umgeformt habt. Das heißt, ihr habt die Scheitelpunktform erstellt aus einer quadratischen Gleichung. Und das werden wir uns einfach jetzt nochmal anschauen. Ne? Und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal eine Aufgabe. Schreibt mal bitte folgende Funktion auf. Minus 3x². Also f von x. F von x. Sehr gut. Minus 3x². Minus 6x plus 9. Das ist also eine allgemein quadratische Gleichung. Und die soll jetzt in diese spezielle Scheitelpunktform umgeformt werden. Die Scheitelpunktform heißt unter anderem auch deshalb Scheitelpunktform, weil wir, wenn wir diese Form konstruiert haben, direkt sehen können, wo der Scheitelpunkt liegt. Und das ist natürlich gut, zum Beispiel für die Zeichnung. Ja. Ja? So, jetzt gucken wir uns das mal an. So, was ist denn der erste Schritt? Was musst du hier schon mal machen, um das Ganze um loszulegen? Ausklammern. Ja, was muss man ausklammern? Beziehungsweise faktorisieren heißt das, wenn man eine Klammer bildet. Die 9. Ich würde folgendes vorschlagen, dass du mal anfängst, das hier wegzukriegen. Das heißt, der erste Schritt ist, dass du die minus 3 vor eine Klammer setzt. Das heißt, gleich minus 3 mal Klammer auf. Also es ist immer der Faktor vor dem x², der hier vor der Klammer steht. Und jetzt kommt hier was rein? Und jetzt kommt hier was rein? x hoch 2. x hoch 2. Und warum? Weil minus 3 mal x hoch 2 ist wieder minus 3x hoch 2. So, und was kommt da hin? Oh, Vorsicht, Vorsicht. Langsam, langsam, langsam. Langsam. Was kommt jetzt hier hin? Und woher weiß man das? Minus 6x. Nein, weil, guck mal, wenn da minus 6x stehen würde. 3 kommt da hin. Wenn da minus 6x stehen würde. Und du würdest das hier wieder multiplizieren, weil du die Klammer auflösen willst. Dann hättest du ja minus 3 mal minus 6. Verstehst du das? Ja. Und das sind ja nicht minus 6. Also hier muss ein Term hin, der mit minus 3 mal genommen minus 6x ergibt. Was? Wir können uns erst mal das Vorzeichen anschauen. Minus mal was ist wieder Minus? Plus. Ja, also kannst du da schon mal ein Plus draus machen. Und jetzt, 3 mal welche Zahl ist 6? 2. 2. Also du kannst die 2 einschreiben. Und das x bleibt. Ja, und jetzt hast du minus 3 mal plus 2x ist minus 6x. Man kann natürlich auch diese Zahl hier nehmen und sie durch minus 3 teilen. Dann hat man auch das Ergebnis, was hier steht. Das heißt, du nimmst dir die Zahl hier hinten, teilst sie jetzt durch minus 3 und weißt, was da hinkommt. Das geht auch. Ja, gut. Ja, minus 3 mal minus 3 ist plus 9. Perfekt. Das ist der erste Schritt. Jetzt wieder ein Gleichheitszeichen. Und wie geht es weiter? Das war, das hört sich an, als wenn du jetzt denkst. Das zu einer binomischen Formel machen. Ja, genau. Also minus 3. So, und jetzt musst du, um das zu einer binomischen Formel zu machen, ja, wahrscheinlich eine quadratische Ergänzung hier einfügen. Ja. Ja. Das heißt, was? Die Zahl muss man ändern. Die muss sozusagen passend gemacht werden, richtig. Schreibt doch mal folgendes hin, Klammer auf, also mal Klammer auf, x² plus 2x und jetzt kommt die quadratische Ergänzung, das heißt, plus diese Zahl hier durch 2 zum Quadrat, das heißt, es ist hier auch eine 2, 2 halbe in Klammern zum Quadrat, einmal plus und minus. Ja, richtig. Und warum einmal minus? Weil man ja letztlich nichts an dieser Gleichung verändern darf, ja, das heißt, ich habe hier plus minus, diese Zahl, ist ja im Prinzip wieder 0. Ja. Das heißt, wir haben nichts verändert, ja. Wir wollen nur eine andere Form herstellen und deswegen haben wir das ergänzt. Und dann hinten einfach die minus 3. Das hier ist jetzt die quadratische Ergänzung, ja. Gut, nächster Schritt. Minus 3, das bleibt da stehen, mal, jetzt machen wir eine eckige, gut, du kannst folgen, ja gut, pass auf, machen wir folgendes Zwischenschritt. Doppel, Klammer. Ja, aber machen wir einen Zwischenschritt noch, schreibt mal hin, x Quadrat plus 2x und wir werden hier mal das, was in den Klammern steht, rechnen, also das ist 1. Dann machen wir plus 1 Quadrat. Minus 1. Ja, schreibt mal das, ja, du müsstest es nicht jetzt Quadrat noch hinschreiben, 1 Quadrat ist ja auch 1, kannst du weglassen, aber dann hast du es komplett ausgerechnet, richtig, minus 3, genau. So, nächster Schritt, minus 3 mal, jetzt machst du eine Doppelklammer, genau. Jetzt kommt die binomische Formel, x plus, und jetzt was? Ah, nicht ganz. Ja, warum eine 1? Was kommt da immer rein? Das. Nee, nicht das. 2 mal 1 mal x sind 2x. Ja, genau, deshalb muss hier die 1 stehen, also hier kommt ja nicht die 2 rein, du hast gesagt, das kommt da rein, das kommt da nicht rein, sondern die Hälfte von dem, die Hälfte von dem Wert, der hier steht, kommt immer hier rein. Oder auch die Wurzel von dem, q hier sozusagen, die Wurzel davon oder die Hälfte davon kommt hier rein. Ja. Ne, Klammer zu, zum Quadrat, denn das ist hier meine binomische Formel, und jetzt musst du noch... Minus 4. Minus 4, richtig. Irgendwie so eine Doppelklammer, macht man gar nicht. Ja, doch, doch, minus 4, Klammer zu. Doppelklammer deshalb, weil du ja diese minus 3 hier mit dem Ganzen multiplizieren musst am Ende nochmal, denn da hast du die rausgeklammert, wie du siehst, hier. Dann rennst du erst das aus, und dann das, und dann das. Ja, du musst jetzt nur noch einen Schritt machen. Du hast ja hier die große Klammer. Ja? Und da drin ist die binomische Formel, und hier hinten die minus 4. Und das musst du jetzt noch ausklammern, das heißt, jetzt rechnest du minus 3 mal das, und minus 3 mal das. Im nächsten Schritt schreibst du jetzt hin, minus 3 mal, und dann kommt die binomische Formel, die bleibt genau so da stehen, die minus 3 ist jetzt nur davor. Und jetzt rechnest du minus 3 mal minus 4 ist insgesamt? 12. Plus 12, exakt. Und jetzt weißt du, wo der Scheitelpunkt ist. Jetzt kannst du hinschreiben, großes S, Klammer auf, und der Scheitelpunkt ist jetzt immer? Na? 12 minus 3? Ja, nicht ganz. Andersrum. Man vergisst so schnell, ne? Ich weiß ja. Minus 3 ist 3. Es gibt so viele schöne andere Sachen, die wir machen. Sag. Minus 1 und 12. Der x-Wert ist immer das Gegenteil von dem, was hier drin steht, und der y-Wert wird genauso übernommen. Ja? Soll ich jetzt noch mal eine Aufgabe vorrechnen? Nö. Nö? Meinst du, es reicht? Ja. Ich glaube, ich rechne noch mal eine Aufgabe. Eine komplizierte oder eine einfache? Kompliziert. Kompliziert? Ja, damit man die dann auch mal weiß. Ah. Sehr vorbildlich. So, dann machen wir eine mit einem Bruch, würde ich sagen. Ja? Ich schreibe mal folgende Funktion auf. f von x gleich. Nehmen wir mal hier diese, eine Halb x Quadrat minus 5x plus 8. Schauen wir uns mal an, was wir jetzt hier machen müssen. Erster Schritt wäre was? Wieder ausklammern. Und zwar, was muss ich hier ausklammern? Beziehungsweise nicht ausklammern, faktorisieren heißt es, also eine Klammer bilden. x hoch 2 bis plus 8. Ja, ich weiß, was du meinst, aber... Ach so, 1 durch 2, also 0,5. Genau. Man schreibt möglichst eine Dezimalzahl, weil man Brüche hasst. Aber ich lasse jetzt mal den Bruch stehen. Also, ein Halbmal, Klammer auf. Hier bleibt x Quadrat. Und jetzt wird es schwierig. Was mit ein Halbmal genommen ergibt 5? 10. Das Mathebuch hat heute Nacht unter dem Kissen gelegen, ne? 10, richtig. 10x, das heißt, jetzt habe ich hier plus mal minus ist minus. Und ein Halbmal 10, also die Hälfte von 10, ist 5. Und hier hinten? 16. Plus 16, richtig. Denn ein Halbmal 16 ist 8. Und das Vorzeichen, hier plus, ne? Weil plus mal plus plus ist. Sehr gut. So, die ein Halb bleibt jetzt praktisch immer davor stehen. Und hier drin mache ich jetzt als erstes die quadratische Ergänzung. Das heißt, hier kommt hin. Plus. Plus. Ja. Durch 2. Ja. Hoch 2. In Klammern hoch 2. Und das Ganze nochmal ein Minus. Warum nochmal ein Minus? Weil man darf die ja nicht verändern. Also, das ergibt ja insgesamt 0. Richtig. Genau. Und hier muss noch dann plus 16. Plus 16. Gut. Dann habe ich gleich 1 Halbmal x Quadrat minus 10x plus 25. Ja, sehr gut. Minus 25 plus 16. Plus 16, Klammer zu. Dann bin ich bei 1 Halbmal. Klammer auf. Klammer auf. Ich kann hier auch eine eckige Klammer machen, um das ein bisschen zu unterscheiden. Und jetzt x. Minus. Warum hier ein Minus? Weil. Da auch ein Minus steht. Richtig. Hier. Und jetzt die Hälfte hiervon. Richtig. Die Hälfte hiervon. Oder die Wurzel hiervon. Zum. Hoch 2. Genau. Und das hier. Und das sind. 5, 9, 9, 9. Minus 9. Minus oder plus 9? Minus. Richtig. Minus 9. So. Und jetzt muss ich noch eine Sache machen. Ich muss diese eckige Klammer wieder auflösen. Was jetzt falsch wäre, wenn du jetzt sagst, der Scheitelpunkt ist bei plus 5 und minus 9. Das ist nämlich falsch. Weil es noch nicht ausge... Richtig. Weil es noch nicht ausgeklammert wurde. Das heißt jetzt zack, zack. Ein halb mal diese Klammer ist also nur ein halb mal x minus 5 hoch 2. Das bleibt so. Und dann ein halb mal minus 9. Vorzeichen. Plus mal minus ist minus. 4,5. 4,5. 9 halbe. 4,5. Und jetzt wäre der Scheitelpunkt bei x-Wert plus 5 minus 4,5. Ich würde sagen, sehr gut. Zack, zack. Das ist mein. Du kriegst ein Bienchen. Ein Fleißbienchen. Ja, das war jetzt hier mal ein Beispiel, wie ich eine allgemein quadratische Funktion in die Scheitelpunktform bringe. Also auch mit dem Ziel, dass ich dann den Scheitelpunkt direkt ablesen kann aus der Funktion. Und ich dann zum Beispiel auch eine sehr schöne Zeichnung machen kann, weil ich genau weiß, wo der Scheitelpunkt liegt. Und wenn ich jetzt eine Wertetabelle machen will, also x und y-Werte einsetzen und y-Werte ausrechnen, dann weiß ich jetzt, der Scheitelpunkt ist meinetwegen bei hier bei 5. Dann brauche ich jetzt nur ein paar Werte vor der 5, also zum Beispiel 2, 3, 4. Und ein paar Werte nach der 5, zum Beispiel 6, 7, 8. Und dann habe ich genau aber meine schöne Parabel eingezeichnet, habe schön die Werte und weiß vor allen Dingen, welche x-Werte ich einsetzen muss, damit ich auch hier den Scheitelpunkt treffe. Ja? Weißt du, was ich meine? Ja. Gut. Eine Sache will ich mir nochmal mit dir hier angucken. Und zwar folgendes. Ich habe hier eine kleine Übersicht, ja, und die schauen wir uns mal an, gehen wir mal kurz durch. Das hier ist also die Scheitelpunktform. A mal, Klammer auf, x plus d, Klammer zu, zum Quadrat plus e. Ja? Manchmal steht hier auch ein Minus d, das spielt aber keine Rolle. Ja? Man muss eben gucken, wenn hier ein Plus d steht, dann ist der Scheitelpunkt letztendlich bei Minus d. Steht hier ein Minus d steht, dann kommt da ein Plus. Genau. Ne? So. Gehen wir das mal durch. Also hier, zuerst mal gibt es hier ein Vorzeichen. Ja? Vor einer Zahl, die vor der Klammer steht. Wenn da keine Zahl vor der Klammer steht, dann ist A automatisch welche Zahl? Plus. Welches Vorzeichen meinst du? Ja, wenn jetzt keine Zahl vor der Klammer steht. Also beispielsweise, ja, beispielsweise hier nur so. x minus 3 zum Quadrat. Da steht ja gar nichts davor. Ne. Dann ist sie nach oben. Naja, sagen wir mal so. Man sieht hier keine Zahl, aber du kannst dir eine Zahl hier vordenken. Eins. Eins, genau. Einmal sozusagen. Einmal kann ich auch weglassen. Das heißt, wenn da nichts davor steht, ist es eine Eins. Und dann haben wir die Normalparabel. Ja, die wird ja immer nach oben. Außer wenn da ein Minus steht. Genau. Also ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, dass hier habe ich jetzt einen Buchstaben, der steht ja für eine Zahl. Wenn da aber gar keine Zahl zu finden ist, ist es trotzdem eine, nämlich die Eins. Ja. Ne? Das wollte ich nur mal kurz noch erwähnen. Also, zuerst das Vorzeichen. Plus, Minus. Da kann entweder Plus oder Minus stehen. Steht da nichts, es ist Plus. Ja. Bei Plus haben wir nach oben geöffnet, bei Minus ist sie nach unten geöffnet. Richtig. Das ist das Vorzeichen von A. Dann haben wir das A. Das A bedeutet, meine Zahl für Streckung oder Stauchung. Habe ich eine Zahl da, die größer ist als 1? 2, 3, 4, 5, 2, 7 und so weiter, ist die ganze Geschichte schmaler als die Normalparabel. Man sagt auch gestreckt, ja? Ist die Zahl zwischen 0 und 1, also 0,4, 0,1, 0,7, 1,5, 7,8, ja? Dann ist das Ganze breiter oder auch gestaucht. Breiter als die Normalparabel immer. Gut. Dann kommen wir hier zu dem D. Diese Zahl in den Klammern hier gibt mir an, wie die Normalparabel in x-Richtung verschoben ist. Habe ich hier drin zum Beispiel Minus 3 stehen, dann weiß ich, ich habe eine Verschiebung um 3 nach rechts. Steht da drin Plus 3, dann habe ich eine Verschiebung der Normalparabel um 3 nach links. Ja? Gut. Hier, also wenn da nichts steht, wenn also praktisch da nur x Quadrat steht, dann habe ich gar keine Verschiebung. Weder nach links noch nach rechts. Das wäre dann ja x hoch 2. Genau. Dann wäre da nur, würde das 0, da könnte man schreiben x plus 0 zum Quadrat, würde aber das plus 0 weglassen, da würde nur x Quadrat stehen. Richtig. So, hier haben wir noch unser e hinten. Das ist die Verschiebung in y-Richtung. Steht da zum Beispiel eine Plus 4, also ein Plus, ist es eine Verschiebung nach oben. Habe ich da ein Minus, ist es eine Verschiebung nach unten. Unten, genau. Jawohl. Und den Scheitelpunkt könnte ich jetzt hier aus dieser Funktion ablesen. Minus d wäre der x-Wert und e der y-Wert. Ja, hätte ich hier zum Beispiel die Plus 3 da stehen, ist der Scheitelpunkt Minus 3. Und ja, das war es schon für heute. Kurz und knackig, würde ich sagen. Aber das muss ja auch nicht immer ewig lang dauern. Je kürzer, desto besser. Jawohl. Jawohl. Und wenn man das alles verstanden hat, noch schöner. Alles klar. Das war es von uns. Wir sind raus. Ich sage tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Das dauert ja gar nicht so lange. Nee, keine Woche. Und was machst du jetzt noch so? Zocken. Zocken. Alles klar. In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017